Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Ihr, Chantal Ackermann, seid die geilste Lasst gehen, man, die verkaufen unsere Daten, dann bekomme ich wieder richtig viele Dickpics zu besenden Spricht deinen Wunsch aus Willkommen in der magischen Welt Du Fotze, verarsch mich nicht Oh, bin ich eine Fotze Die Prinzessin Rosalia von Katanien Das ist meinesfalls ein geiler Influencer zu werden Alter, krass, dass sie noch nicht mal Edge haben Jo, Bro, du bist Aladin Das ist mein Teppich Hast du an sich ein Girlfriend oder einen Fabgörn? So cringe Guck mal, Barbie Und hier hab ich die Ehre mit Sie ist eine Freundin aus Kreuzbergien Mein Verlobter Andere müssen ihren Bruder heiraten Andere müssen ihren Bruder heiraten Ist das eine von den Zwergen? Ich glaube, es ist der König Der hat das noch ein paar Sackhaare Die Väter sieht irgendwie so aus Als ob sie zu irgendwas gezwungen hat Es war eine dunkle Nacht Aus welchem Märchen bin ich wohl? Du bist ein Röschen Nein, ich will ein anderes Märchen Eins mit Sex und Drogen Oder Stripper Erstmal stellt man sich vor Wenn man schon keine DM schickt Wer küsste dich? Äh, kein Ah Boom, boom Boom, boom, boom Boom, boom, boom Kommen wir jetzt nach Hause? Ja, ain't tryna be cool like you Ein Portal kann nur von einer geweihten Hexe Repariert werden Wovon das müsste Sende und ich betreten gerade die Hexen Sende, man sich gar nicht, dass du Angst hast Du bist die Prophezeiung Man denkt, es geht darum Gut auszusehen Und da kommt ein Prinz Und freut sich mit dir in die Sonnenuntergang Verpiss dich Ich wüsste, du bist etwas Besonderes Wenn du hier anfängst mit Sexdubs und Gleichberechtigung Können wir es gleich ermorden lassen Hier ist nicht Instagram Hier ist Twitter Fertig sprach man aber richtig große Kackbeutel Oh I don't care I love it I don't care I love it I love it I don't care Oh mein Gott, save Corona jetzt Das wird das geilste Märchen ever